Willkommen zurück bei NewbieGars Gibt es hier noch etwas in der Nähe? In die Richtung auf jeden Fall Aber da waren auch glaube ich die Todeskrallen wieder Ist das hier eigentlich Ah, ich weiß, was für eine Ecke das hier ist Das ist doch die Schlucht, wo wir durchgegangen sind Von dem Glücksspielort da Genau Das sollte das Rathaus sein, ne? Nippen, genau Und da dachte ich, die Banditen uns angekommen haben Hier das Lager Jetzt frage ich mich im Nachhinein natürlich Ah, da sind welche Ob das hinterher sogar nur gescriptet war? Wahrscheinlich nicht Nicht Ich meine, wenn ich da eine Range habe, ähm Warum baue ich mir hier so einen Sandsackpasten auf? Ich bin mal auf 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 Da komme ich glaube ich gerade schlechthin, wir versuchen uns erstmal hier an diesem Ort Ich mache das schon deutlich länger als du Kumpel Ich dachte schon wieder die Legion kommt an So, dann gehen wir hier mal zu suchenort So, dann gehen wir hier Warum nicht? Ich mache das schon deutlich länger als du Das lief jetzt nicht so gut Wie viel? Oh, letzte Level So, jetzt müssen wir uns entscheiden Ich denke mal hier machen wir auf 90 Falschen 75 Medizin 75 Immer noch 3 Punkte Ich wäre fast für reparieren, oder? Und der letzte Punkt Immer nicht den Gegnern Wäre gut gegen die Patrouillen immer Ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2021 Wenn das jetzt für ein einzelner Raum war, dann sind die ganzen Nachtbüsche auf der anderen Seite auch noch... Oh, ist gut. Wo bin ich denn noch mal raus? Hä? Hier. Wieso hat das jetzt nicht zweimal explodiert, äh, gerummst? Was? Meine Wunnenkorn? Das liegt etwas besser. Das Tovel ist, dass wir jetzt null Erfahrungspunkte mehr kriegen. Das ist ein bisschen schade, na gut. Äh, dadadadadadadada. Okay, links. Abershütte, das war auf jeden Fall ein Gebiet der Todesgrillen. Ich dachte schon, da steht hier, ne? Und da kommen wir von hier aus scheinbar gar nicht hin. Das wird wohl nichts. Mist. Das wird wohl nichts. Das war's. Da hmm. Ja, da. Oh. Komm ich von der anderen Seite überhaupt daran? Wahrscheinlich auch nicht Obwohl es halt gleich hier um der Ecke ist Mahlzeit Patron, Patron Bringt nicht viel, bringt nicht viel War das jetzt die versteckte Höhle nicht? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wir könnten dem Bahngleis folgen... Ah, da ist auch noch was... Und das? Ah ne, das ist nur ein Strauch, oder? Und hier geht's dann in der nächsten Folge weiter... Spitz, bedanke mich, bis dann! Hm... ... 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